Statt einen Hyper-Tank, Leute, und danach einen Super-Tank vielleicht noch, brauchen wir jetzt zwei Hyper-Tränke und zwei Super-Tränke. Also der Preis hat, das war doppelt so schlimm. Doppelt so teuer. Das ist schon heftig. Aber es ist noch im Rahmen von okay. Besiegen wir Bruno. Das Schöne ist, Muschas ist als erstes dran. Das heißt, Muschas kann sofort Surfer machen, ohne nichts besiegen. Surfer! Och, das ist angenehm, Leute. Wir bleiben einfach bei Muschas, Leute. Und wechseln jetzt auf Pikachu. Der Feuerschlag. Ein Volltreffer. Donnerblitz! Kekli, da wechseln wir jetzt wieder auf Fucano. Und zurück zu Pikachu. Der Doppelkick. Der ist vollkommen okay, Leute. Der... Oh, Volltreffer? Ja, Volltreffer. Ein Volltreffer ist nie okay. Ja, das Blöde ist, ich muss jetzt Pikachu einen Hypertrank geben. Als nächstes kommt zwar Onyx, aber danach Machu Mai. Und Machu Mai würde Pikachu besiegen, deswegen Hypertrank. Aber das ist okay, Leute. Wir brauchen für gewöhnlich immer einen Hypertrank. Bei Bruno. Wegen Machu Mai. Manchmal sogar Supertränke wegen dem zweiten Onyx. Aber da hatten wir heute Glück. Pikachu erreicht Level 76. Juhu! 199 Kraftpunkte, Leute. So, Muschus. Einmal Surfer, bitte. Ein Erdbeben. Ich hoffe, Muschus überlebter sollte es eigentlich. Ja. So, wir bleiben wieder bei Muschus. Muschus kriegt heute sehr viele Fangspunkte. Und wieder zu Pikachu. Der Überroller. Donnerblitz. Paralysiert. Sehr gut. Machen wir mal den Ruckzuck-Hieb. Der reicht mit etwas Glück. Volltreffer. Perfekt. So, dann ein paar Supertränke, Leute. Einen bekommt Muschus. Und dann braucht Pikachu ein paar. Ja, einer geht noch. Ich habe nur noch zwei, aber egal. So, bei Agatha wird das jetzt ein bisschen problematisch. Eventuell. So, Gengar. So, Gengar. Ich hoffe, es macht jetzt einfach nur irgendein Blitz, wie Traumfresser zum Beispiel. Okay, es macht Megasauger. Und jetzt ein Volltreffer mit Donnerblitz. Das wäre toll. Es ist sogar ein Volltreffer mit Donnerblitz. Gibt super Trank. Noch ein Donnerblitz und es ist besiegt. Ich hätte gedacht, ein Volltreffer würde der Gengar sogar so schon besiegen. Leider nicht. Muschus erreicht am 38, Leute. Juhu. Golbert. Na dann, Fucano, du bist dran. Und zurück zu Pikachu. Denn Golbert ist mit einem Donnerblitz besiegt. Oh, Superschall. Ah, es hat sich leider selbst verletzt. Komm schon, Pikachu. Wieder selbst verletzt. Braucht Pikachu ja gleich einen Hypertrank. Wieder selbst verletzt, Leute. Jetzt braucht Pikachu erstmal einen Hypertrank. So viel Pech bei Golbert hatten wir noch nie, glaube ich. Also bei diesem, bei der Garte-Skolbert. Donnerblitz. Na bitte, endlich. Vielleicht entwickelt sich jetzt Fucano. Das wäre, äh, 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 erreicht Fucano unter Level 38, meine ich. Das wäre auch schön. Ja, Fucano erreicht Level 38. Damit haben wir nur noch Punita und Slimer. Und als nächstes würde ich gerne Slimer machen. So, Apollo, da machen wir jetzt, wie gesagt, Slimer. Ich würde aber hier jetzt auch wieder mit Pikachu einen Donnerblitz machen wollen. Sehr angenehm. Apollo hat es ein Level niedriger als das Gengar und es ist eine Entwicklung weniger. Das heißt, ein Volltreffer müsste es hier sofort besiegen. Leider kein Volltreffer, aber trotzdem besiegt. Jetzt kommt Arbok. Arbok würde ich mit Huckzucki besiegen wollen. Erstmal eine Donnerwelle. Aber kein Blitz. Nachher wechselt Agathe, äh, Arbok durch Gengar aus und dann wäre das blöd. Wir machen Huckzucki. Und hoffen auf Volltreffer. Ein Volltreffer. Die Säure tut zwar weh, aber jetzt sollte er sogar ein normaler Ruckzuck-Keep Arbok besiegen können. Ja. Slimer reicht Level 38, Leute. Damit entwickelt es sich. So, und wir gehen jetzt auf Owei. So, erstmal Igelsamen. Schade. Ja, das ist nicht gut. Igelsamen ist gut. Aber nochmal Psychokinese würde er aber besiegen. Ich riskiere das einfach, Leute. Und mache Hypnose. Ah, Glück. Glück. Ja, Pech. Glück. Pech. Wieder Glück. Glück. Dann mache ich jetzt noch Reflektor. Ich möchte, dass Owei sich vollheilt. Also mache ich einfach ein bisschen Staccato. Oder? Wie sieht es eigentlich bei den anderen Pokémon aus? Pikachu müsste sich auch vollheilen. Nein, ich mache ein Staccato. Erstmal soll ich Owei vollheilen. Wobei, halt. Ich warte jetzt, bis es wieder wach ist. Dann schläfe ich es wieder ein und dann wecksele ich einfach auf Punita. Oh, der Kung-Fu-Strahl. Daneben leider. Zum Glück auch daneben. Wieder daneben. Hypnose scheint bei keinem von uns beiden mehr zu funktionieren. Wobei es nicht mehr verwirrt. Das ist sehr gut. Aber Hypnose funktioniert wieder nicht. Psychokönese ist okay. Wir haben ja wieder fast volles Leben. Oh, jetzt funktioniert Hypnose. Dann bekommt Owei jetzt einen Aufwecker. Glück. So, Hypnose bitte. Es wäre schön, wenn du jetzt schlafen würdest, Gengar. Ja. Damit können wir jetzt auf Punita wechseln. Und Gengar mit Glut besiegen. Er ist aufgewacht. Das mag ich überhaupt nicht. Ich mache trotzdem Glut. Oder soll ich es riskieren? Nein, ich gehe wieder zurück auf Owei. Was muss es auch einfach sofort wieder aufwachen, Leute? Und jetzt macht er Hypnose. Okay. Und jetzt macht er Hypnose. Ich dachte, Agathe würde es jetzt heilen. Hat es aber nicht. Und damit hat Owei es besiegt. Und Punita hat sogar Verwaltungspunkte bekommen. Hey, Slimer entwickelt sich! Slimer wurde zu Slimer. Hier. Das ist der Ruf. Das gibt es einmal im Kraftwerk und einmal in der Pokémon-Villa. Und hier sind die Daten. Slimer, ein Schlamm-Pokémon. Größe 1,2 Meter, Gewicht 30 Kilogramm, Nummer 89. Dieses Pokémon verbreitet einen so erbärmlichen Gestank, dass es sich selbst nicht mehr riechen kann. Hoho! Das ist aber heftig. Okay. Tauschen wir. Slimer wird nach dieser Runde abgelegt und dann holen wir uns ein neues Pokémon, Leute. Und hoffentlich wieder eines, das sich auch durch Level entwickelt. Denn wir haben ja Fulcano, Owei und Mushast. Da sind schon drei, die sich durch Stein entwickeln. Ich glaube, das ist vollkommen okay. Mehr Steine möchte ich eigentlich jetzt gerade gar nicht. So, dann Pikachu heilen. Erstmal einen Paraheiler. Und dann würden 123 Lebens- also Kraftpunkte bei Pikachu fehlen. Ich habe noch einen Super-Tank oder ich nutze einen Hyper-Tank. Wie viele Lebens-Punkte hat Pikachu? 76. Ich gebe Pikachu einen Super-Tank, Leute. Den letzten Super-Tank. Und dann muss Pikachu damit halt einfach den Angriff von Garados aushalten. Wir haben jetzt aber, glaube ich, noch fünf und dann vier Hyper-Tränke und ich glaube, wir haben noch sieben. Nein, alle, alle Beleber. Wir haben noch alle Beleber. Was? Moment mal. Moment mal. Wir haben noch alle Beleber, Leute. Ja, wie geil ist das denn? Und wir hatten bei Garte dieses Mal wirklich Glück. Also ich glaube, das war, äh, das Gegenteil von letztem Mal, wo wir unglaublich Pech hatten, hatten wir jetzt einfach unglaublich Glück. Oder unsere Pokémon sind einfach sehr stark. Und ich hoffe, wir werden Slime-Mock jetzt noch einen Pokémon ersetzen, das wir besser nutzen können. Denn Slime-Mock ist ja irgendwie immer sofort gestorben. Alle anderen können wir eigentlich relativ gut nutzen. So, jetzt bin ich wieder nicht sicher, ob wir schon gespeichert haben. Einfach nochmal speichern. Wir haben sogar schon, ach, jetzt wollte ich noch was machen, aber egal. 140 Pokémon haben wir schon gesehen, Leute. Das ist nur 11 Pokémon, kennen wir noch nicht. Und die meisten davon können wir noch entwickeln oder tauschen. Das ist sehr toll. Ich glaube, ich habe vergessen, Muschas und Ponita zu tauschen. Ja. Na, egal. Pikachu, du bist dran. Der Silberblick. Wie geil, Leute. Ich habe sogar noch neun Donnerblitze, Leute. Ich würde jetzt es jetzt wagen, auf Ponita zu wechseln, Leute. Oh, nein, halt. Oh, Mist. Ich hatte beim letzten Mal ja die bessere Tauschtaktik für die Dragonier. Oh, Mist. Sie ist mir ein paar Sekunden zu spät eingefallen, Leute. Donnerwelle. Blitz. Blitz. Und nochmal Blitz. So, das waren drei Blitze. Die sollten reichen. Dann besiegen wir es jetzt mit Ruck-Zuck-Hieb. Ponita reicht aber 38, Leute. Super. Super. Wir wechseln jetzt nicht Donnerwelle. Ups. Oh, der Wickel. Ist paralysiert. Sehr gut. Blitz. Mist. Wieder der Wickel. Ich glaube, ich würde jetzt dann gerne einen Hypertrank wählen. Aber ich riskiere vorher einen Blitz. Oh, der Eisstrahl. Jetzt aber der Hypertrank. Wieder wickeln. Ein Blitz hat Dragoneer schon bekommen. Abbekommen. Da scheint es aber nicht zu stören. Der zweite Blitz. Stört das überhaupt nicht. Paralysiert ist es irgendwie auch gar nicht mehr. Es trifft munter vor sich hin. Der dritte Blitz, Leute. Wenigstens der Hyperstrahl hat jetzt nicht getroffen. So, was machen wir denn als nächstes machen wir machen wir ein Focano. Huh, daneben. Und zurück zu Pikachu. Ruckzucki. Ein Volltreffer. Was dieser dritte Blitz einfach ausmacht, Leute. Bei zwei Blitzen hat es noch jede Attacke getroffen. Und bei drei Blitzen, bei dem dritten Blitz ging dann alles daneben. So, ich möchte wieder auf Focano wechseln. Und zurück zu Pikachu. Ich hoffe, Pikachu hält einen Hyperstrahl aus. Wenn nicht, müssen wir Pikachu wiederbeleben. Ah, Sternschauer. Das hält Pikachu definitiv aus. Dannerblitz. Geschafft. Geschafft. Untertitelung. BR 2018